Die Erde Jesus Christus offenbart durch Jakob Lorber Kapitel 71 Echte und falsche Propheten So spricht der Herr. Es könnte hier wieder jemand fragen und sagen, also kann man einem Wiedergeborenen doch alle Zeit den vollsten Glauben schenken, so er zukünftige Dinge voraussagt? Oder soll man auch solche Voraussage in einen kleinen Zweifel ziehen? Darauf sage ich, wenn der Wiedergeborene spricht, das tut, so tut es. Wenn er aber spricht, dies oder jenes wird geschehen und hat kein Wenn dazu gesetzt, so glaubt es ihm nicht, denn da ist er schon kein rechter Wiedergeborener. Denn alles, was da geschieht und geschehen soll, geschieht bedingungsweise, daher auch hinsichtlich des Geschehens nirgends eine feste unabänderliche Voraussage geschehen kann. Würde nämlich etwas bestimmt vorausgesagt werden, was da geschehen müsste, da wäre die Welt im tiefsten Gerichte und alle Freiheit wäre verloren. Dies weiss ein echter Wiedergeborener sehr wohl und müsste daher wieder seine reinste Erkenntnis prophezeien, also offenbar lügen, so er etwas bestimmt voraussagen möchte, was da geschehen wird. Ich selbst war doch sicher der erste Prophet in der Welt. Wer aber kann mir nachweisen, dass ich, ausser meiner Auferstehung, etwas ganz bestimmt vorausgesagt habe? Ich sagte wohl, dass ich sterben und am dritten Tage wieder auferstehen werde. Aber Zeit und Stunde weder des Sterbens noch des Auferstehens ist niemandem vorhergesagt worden. So habe ich auch meine Wiederdarniederkunft vorausgesagt, aber wohlgemerkt mit dem Beisatze Zeit und Stunde ist niemandem bekannt, ausser nur mir allein und dem auch, dem ich es offenbaren will. Zu lesen in Matthäus 24, 36 Ich habe es aber auch schon geoffenbart, aber nicht bezüglich auf Zeit und Stunde, sondern nur bezüglich der Zeichen, an denen man meine Wiederkunft erkennen sollte. Also haben auch alle Propheten geweissagt, aber alles, was sie geweissagt haben, war bedingungsweise, damit durch eine solche Weissagung ja niemand gerichtet werden sollte, sondern die Freiheit habe, das Angebotene zu tun, um dem angedrohten Gerichte zu entgehen, oder das Angebotene zu unterlassen, um gerichtet zu werden. Jeremias prophezeite jahrelang und harte selbst, manchmal bitter klagend auf den Erfolg der Prophezeiung, denn was er auf morgen prophezeite, geschah erst nach Jahren. Ja, bei 23 Jahre musste er warten, bis seine Prophezeiung hinsichtlich der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft an dem jüdischen Volk in volle Erfüllung ging. Jonas hatte gar vergeblich auf den Untergang von Niniveh, so dass er am Ende ganz ärgerlich mir meiner Güte wegen Vorwürfe machte. Die Ursache alles dessen aber liegt, wie schon vorhin einmal bemerkt wurde, lediglich in dem Benehmen der Menschen, denn so ihnen ein Gericht angedroht wird, sie aber sich ändern. Wenn auch nicht alle, so doch wenigstens einige, so wird das Gericht aufgehoben. Wenn unter 100.000 Menschen nur 10 gerecht werden, so will ich dieser 10 wegen auch die 100.000 mit dem Gerichte verschonen. Und wenn unter einer Million 100 Gerechte sind, so will ich ihr entwegen eine ganze Million mit dem angedrohten Gerichte verschonen. Wenn natürlich die Zahl der Gerechten dabei noch höher steht, so wird das Gericht um desto sicherer aufgehoben und statt eines allgemeinen Gerichtes wird nur ein Spezielles, die hartnäckigsten treffen. Wenn aber weniger Gerechte da sind, dann freilich wird nach einigen noch nachträglichen Ermahnungen das angedrohte Gericht nicht aufgehalten werden. Nach diesem wohl auseinandergesetzten Sinne kann und darf dann auch nur einzig und allein ein Wiedergeborener zukünftige Ereignisse voraussagen. Haben die Prophezeiungen nicht dieses Gesicht, so sind sie falsch. Und der Prophet war weder ein Wiedergeborener noch ein Berufener, sondern er tat es aus seiner eigenen Macht, wofür er auch seinen Lohn finden wird. Und wenn er auch dereinst zu mir sagen wird, wie es dergleichen jetzt gar überaus viele gibt, Herr, das habe ich ja alles in deinem Namen und alles zu deiner grösseren Ehre getan, so werde ich ihm aber dennoch entgegnen, hinweg mit dir, denn ich habe dich nie gekannt. Das heisst als Propheten und als solchen, den ich berufen hätte, in meinem Namen zu weissagen. Denn ein Prophet, der ums Geld prophezeit, ist gleich wie einer, der Gott ums Geld dient und ihn ums Geld anbetet. Solche haben ihren Lohn schon genommen. Daher habe ich mit ihnen nichts weiteres mehr zu tun, denn sie waren allezeit falsche Propheten, nur Augendiener und Diener des Mammons und des Belzebub. Ihr seht aber, dass aus dem klar hervorgeht, dass sich jedermann mit den Prophezeien wohl gar sehr in Acht nehmen sollte, der Wiedergeborene und der Berufene so gut wie der Nicht-Wiedergeborene und Nicht-Berufene. Denn der Prophezeiung wegen lasse ich wohl niemanden die Wiedergeburt erreichen, sondern allein des ewigen Lebens wegen. So ich aber jemanden berufe, zu prophezeien, der sei ja nicht so keck und setzte eigenmächtig etwas hinzu oder nehme eigenmächtig etwas hinweg, denn so er das täte, so würde es ihm einst gar übel bekommen. Daher ist es durchaus kein leichtes Geschäft, ein Prophet zu sein. Und ein gar sehr nutzloser und schädlicher Mensch ist derjenige, der aus eigener Macht prophezeit oder sich wohl gar dabei ein göttliches Richteramt anmast. Wer das tut, der ist ein eitler Täter des Übels und wird in eben dasselbe Gericht kommen, in welchem er seine Brüder gerichtet hat. Wer da verdammt, der wird verdammt werden und wer da verflucht, der wird verflucht werden. Wer mit der Hölle richtet, der wird sein Gericht in der Hölle finden. Wer mit dem Tod errichtet, der wird den Tod finden. Wer mit dem Schwerte, der wird mit dem Schwerte gerichtet. Und wer mit der Finsternis richtet, der wird in die äusserste Finsternis hinausgestossen werden. Da wird sein Heulen und Zähne knirschen. Wer aber nicht gerichtet sein will, der richte auch nicht. So aber jemand sagen möchte, er habe Macht von mir zu richten, dem sage ich, dass er ein Lügner ist in Ewigkeit. Denn ich habe meinen wiedergeborenen Aposteln und Jüngern nur eine Macht der höchsten Nächstenliebe gegeben, die ich der Liebe zu mir gleichgestellt habe. Und dieser höchste Grad der Nächstenliebe ist mein Geist in dem Herzen jedes Wiedergeborenen, wie auch im Herzen derjenigen, die an mich glauben, mich lieben und ihre Brüder meinetwegen. Kraft dieser Liebe, die da ist mein Geist im Menschen, hat jedermann das pflichtschuldigste Recht, seinen Feinden, so oft er will, von ganzem Herzen zu verzeihen und so oft ein Mensch seinem Feinde verziehen hat durch meinen Geist in ihm, so oft soll es auch in allen Himmeln demselben Sünder verziehen sein. Wenn es aber einen bösen Feind gibt, an dem alle Verzeihung fruchtlos ist, da solle der Mensch sagen, der Herr vergelte es dir nach deinen Werken und darin besteht die Vorenthaltung der Sünde. Ich frage, ist diese Vollmacht wohl ein erteiltes Richteramt? Oh nein, das ist nur eine Vollmacht der höchsten Nächstenliebe oder einer Liebe, die meiner Göttlichen gleichkommt, aber ewig nie ein Richteramt, welches ich selbst von mir hintangeschoben habe und habe es darum umso weniger einem Menschen erteilt. Ich habe aber diese höchste Liebesvollmacht eben aus meiner höchsten Liebe darum den Menschen gegeben, damit die Menschen untereinander selbst sich desto leichter wahrhafte Brüder in meinem Namen werden könnten. Denn bei den Juden konnte niemand, ausser allein der hohe Priester, eine Sünde, die ein Mensch an dem anderen beging, wieder sühnen, und das nur zu gewissen Zeiten und durch bestimmte Opfer. Zwei Menschen, die gegeneinander gesündigt hatten, blieben so lange Feinde, bis sie der Priester und das Opfer versöhnt hatten. Wie misslich war dieser Umstand, der freilich mehr eine falsche Auffassung des Gesetzes als das Gesetz selbst war. Für solche Menschen, welche nicht selten viele Tagereisen von Jerusalem entfernt lebten. Um diesem alten Missbrauche des Gesetzes kräftigst zu begegnen und den Menschen ihre Bürde möglichst zu erleichtern, habe ich demnach jedem Menschen die höchste göttliche Liebesmacht damit gegeben, dass jeder seinen Beleidiger von ganzem Herzen verzeihen kann und dass diese Verzeihung auch für alle Himmel gültig ist. Wer wohl kann daraus eine Vollmachterteilung herausbringen, die sich ein Richteramt aneignet? Oder, wenn ich so etwas getan hätte, hätte ich da nicht mir selbst widersprochen, so ich auf der einen Seite alles richten verdammte, auf der anderen Seite aber es dennoch als unerlässliche Bedingung zur Seligwerdung anempfohlen hätte? So etwas ließe sich wohl kaum von einem blöden Menschen erwarten, geschweige erst von der allerhöchsten Weisheit Gottes. So ich sagte, nehmt hin den Heiligen Geist, so hiess das so viel und heisst es noch, nehmt hin die höchste Kraft meiner göttlichen Liebe. Was ihr löset auf Erden, das soll gelöset sein, und es bedarf da weiter keines Opfers und hohe Priesters mehr. Und was ihr bindet an euer Herz, und was ihr bindet in der Welt, das soll auch im Himmel gebunden sein. Hier ist unter Lösen und Binden nicht einmal die Vergebung und Vorbehaltung einer Sünde zu verstehen, sondern das Lösen ist ein Freimachen und das Binden ein Annehmen. Wenn zum Beispiel jemand mir etwas schuldet, als ein Mensch einem Menschen, so kann der Mensch den Menschen von der Schuld freimachen. Oder so da wäre irgendein Heide, so kann ein Christ ihn, wenn er Christum bekennt, vollkommen freimachen und kann ihn also gleich in die Gemeinde aufnehmen oder ihn binden im Herzen mit der Allkraft der göttlichen Liebe. Das zu tun hat jeder rechtgläubige Christ, der an mich glaubt, mich liebt und in meinem Namen getauft ist, vollgewichtig das Recht, ohne sich an den hohen Priester zu wenden, dem allein es früher zukam, fremde heidnische Menschen in das Judentum aufzunehmen durch die Beschneidung. Solche Vollmacht geschah darum, wie schon oben gezeigt, dass dem Menschen das Leben so viel als möglich erleichtert würde und er sich allertalben sein Gewissen reinigen und ein wohlgemütliches oder gemütvolles Leben führen könnte. Wer aber kann da ein noch lästigeres Richteramt herausleiten, als es das frühere Jüdische war? Wo solches besteht, besteht es wider alle meine Anordnung und wer daran teilnimmt, der richtet sich selbst, so er meint, dadurch seiner Sünden ledig zu werden, wenn er sich freiwillig hat richten lassen. Eine solche Richteranstalt wird für ihn zu einer wahren Sündensparkasse, denn wie kann ein Dritter jemandem eine Schuld erlassen, die ein Zweiter an den Ersten schuldet? Der Erste kann wohl die Schuld dem Zweiten nachlassen, aber der Dritte in Ewigkeit nie. Ein Dritter aber kann, wenn ein Erster und Zweiter oder der Gläubiger und der Schuldner dumme Menschen sind, wohl einen Rechtsfreund machen und kann sie ausgleichen durch guten Rat und durch gute Tat. Aber von Sünden vergeben kann da nie eine Rede sein, ausser der Gläubiger hätte ihn aus dem Grunde seines Herzens dazu bevollmächtigt. Wenn aber Jakobus aus meinem Geiste ein sich gegenseitiges Sündenbekennen anempfiehlt, so ist darunter noch lange keine Beichte zu verstehen, sondern nur eine gegenseitige vertrauliche Mitteilung eigener Gebrechen und Schwächen, um dafür von dem stärkeren Freunde und Bruder ein recht stärkendes Gegenmittel im Geiste und in der Wahrheit zu bekommen. Seht, dazu braucht jemand weder priesterliche noch exorzistische Weihen und das Apostelamt selbst ist nur ein brüderliches Lehramt, aber kein hebräischer und heidnischer Gold, Silber oder Edelstein Pomp. Dass die Lehrer der Gemeinde sich im höchsten und reichsten Pomp bezeigen sollten, hat Jakobus sicher nicht gemeint, da er den Gemeinden ein gegenseitiges Gebrechen und Schwächen Bekenntnis anriet. Er wollte damit nebst dem ärztlichen Zwecke auch den der gegenseitigen Demütigung erreicht haben, dass sich nicht ein Bruder vor dem anderen wie der Pharisäer im Tempel hervortun, sondern dem dem demütigen Zöllner gleich sein sollte. Da ist von von Umstande an eine Schuld nachlass gegen ihre schwachsinnigen Beleidiger nicht mehr zu denken ist, da wohl kann ein Dritter zu den Schwachen treten und ihre vermeintliche grosse Schuld ganz klein schreiben. Der wird an ihnen ein Werk der wahren christlichen Barmherzigkeit ausüben, besonders wenn er sie zu mir wendet. In jedem anderen Falle aber soll sich ein Dritter nicht als Schuld Nachlasser zwischen zwei Brüdern Mengen. Wenn er das tut, so soll alle Sünde der zwei auf ihn gelegt sein, weil er sie richten, aber nicht bessern wollte. Dies ist ganz gründlich das leichte Verständnis davon, was es mit der anbefohlenen Sündenvergebung für eine Bewandtnis hat. Nächstens noch etwas darüber und mehreres vom falschen Prophetentunel. Vertraue Vertraue